Der 27. Spieltag steht an in der 2. Bundesliga, passend über die Feiertage zu Ostern, dachte ich mir, suchst du dir mal eine andere Kulisse bei schönem sonnigen Wetter. Hoffe ich, dass natürlich auch für eure Vereine es am Wochenende sonnig wird, vor allem hier für diesen Verein. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, das beste Wochenende von meinen Tipps her, 6 Spiele von 9, richtig, davon 2 Spiele komplett korrekt. Also was ist da los gewesen? Man nennt ihn auch den Zweitliga-Experten. Spaß beiseite, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn und ihr wisst ja, wie es auch in den letzten Monaten ab und zu mit meinen Tipps aussah. Alles über 5, würde ich sagen, ist immer ein sehr, sehr guter Spieltag. Falls ihr andere Tipps habt oder Einschätzungen zu den einzelnen Spielen, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, würde ich mich immer extrem freuen. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten Spiel, Braunschweig gegen Kaiserslautern. Was war das bitte für eine Nachspielzeit? Ja, in Kaiserslautern. Unglaublich, sowas erlebst du wirklich gefühlt nur alle 10, 20 Jahre. Das 3 zu 0 hatte Heidenheim auf dem Fuß mit dem Elfmeter. Sie verschießen ihn und dann kommt Kaiserslautern tatsächlich noch zurück und macht das 2 zu 2. Also schießt 2 Tore in der Nachspielzeit. Hut ab, Respekt vor dieser kämpferischen Leistung. Also da haben sie sich den Punkt dann auf jeden Fall verdient. Braunschweig hat sich vielleicht ein 3er nehmen lassen. Gut mit einem Mann weniger. Dann am Ende den Punkt, sage ich mal, auch noch erkämpft bzw. mitgenommen. Auswärts mit einem Punkt kann man immer zufrieden sein, vor allem als Aussteiger. Ist ja das Aussteiger-Duell gegen Kaiserslautern. Dann würde es aber wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders laufen, vor allem weil jetzt eigentlich der Knoten geplatzt sein müsste, wenn du ein 2 zu 0 in der Nachspielzeit noch aufholst. Und deshalb sage ich, dass das Spiel am Ende 0 zu 1 für die Lauterer ausgeht. Kommen wir nun zu einem Duell unter Freunden. Der Hamburger SV trifft auf Hannover 96. Wird da noch so eine Fanfreundschaft gepflegt? Ich glaube, früher war sie ein wenig intensiver. Aber was man sagen muss, die Hannoveraner, sie haben mal wieder endlich gewonnen. Das gegen Sandhausen. Zuerst dachte ich, geht noch in die Hose, weil sie 1 zu 0 zurücklagen, aber haben das Ding dann noch gedreht. Beim Hamburger SV muss man sagen, ja, so langsam aber sicher wird es da doch nochmal spannender, als man dachte. Es sieht wieder knapp aus in Sachen Aufstieg. Klar, sie werden auf jeden Fall, denke ich, mindestens Platz 3 holen. Aber sollten sie jetzt weiterhin nicht gewinnen, dann könnte von unten der ein oder andere Verein auch noch nachziehen. Wir werden uns überraschen lassen. Ich denke trotzdem, dass es endlich mal wieder einen 3er gibt, den so wichtigen gegen Hannover 96. Und gehe auf ein höheres 3 zu 1 zu Hause. Kommen wir zu Nürnberg gegen den KSC. Die Nürnberger hatten ja unter der Woche noch ein schwieriges und anstrengendes DFB-Pokalspiel in den Knochen. Sehr, sehr gut gekämpft in der ersten Halbzeit. Sogar mitgehalten, muss man sagen. Dann in der zweiten hat man dann doch die überlegenere Erstligamannschaft gesehen von Stuttgart, dass sie doch ein wenig mehr Qualität in den Reihen haben und dann das Ganze gezogen haben mit 1 zu 0. Es war aber wirklich sehr, sehr spannend und Nürnberg hätte auch durchaus Chancen gehabt, aufs Weiterkommen. Davor in der Liga gegen Darmstadt 1 zu 0 verloren. War auch extrem bitter, weil sie da genauso gut gespielt haben und vielleicht sogar eigentlich gewinnen hätten müssen. Aber so ist das Ganze natürlich. Wenn du unten drin stehst, dann verlierst du solche Dinger. Der KSC hätte auch gewinnen können gegen Braunschweig. Gut, da ist das Ganze dann 1 zu 1 ausgegangen. Die haben trotzdem einen richtigen Lauf in der Rückrunde. Das spricht auch ein wenig für meinen Tipp heute. Ein relativ enges, torloses Spiel wahrscheinlich wieder. Und deshalb entscheide ich mich für ein 1 zu 1 unentschieden. Samstagabend-Topspiel 20.30 Uhr. Heidenheim trifft auf St. Pauli, die 9 Spiele am Stück gewonnen haben. Oder waren es 8? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Es läuft sehr, sehr gut. Bei den Paulianern. Das muss man sagen. Allerdings könnte es eventuell an diesem Spieltag vorbei sein mit der Siegesserie. Denn wenn sie einer stoppen kann, dann vielleicht die heimstarken Heidenheimer. Auch wenn sie eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben haben und wahrscheinlich die Köpfe ein bisschen unten gewesen sind in dieser Woche, wird sie der Trainer Schmidt, denke ich, wieder ganz gut einstellen. Und vor allem zu Hause läuft es ja extrem gut. Also meine Richtung geht eher nach Heidenheim. Dennoch will ich mich nicht auf einen Sieger festlegen und gehe ebenfalls auf ein 1 zu 1 unentschieden. Gehen wir weiter zu den Sonntagsspielen. Da haben wir Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf. Zwei Mannschaften, die in einem absoluten Hoch sind. Die Bielefelder haben sich unten rausgekämpft. Und die Düsseldorfer können oben vielleicht noch ein bisschen was reißen, wenn sie jetzt eine Siegesserie starten. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass beide Mannschaften offensiv agieren und ein paar Tore schießen. So wird dann auch mein Tipp ausfallen. Die Bielefelder haben ja gewonnen gegen Kiel 3 zu 2 und Düsseldorf 2 zu 2 gespielt gegen den HSV. Da war auch mehr drin am Ende. Aber ich glaube, man hätte gewinnen müssen wahrscheinlich, um noch eine komplett realistische Chance zu haben. So ist es noch rein rechnerisch möglich. Mein Tipp heute hier bei dem Spiel lautet 2 zu 3 für Fortuna Düsseldorf. Irgendwie glaube ich, dass die Düsseldorfer das Ding ziehen. Als nächstes haben wir Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn. Die Paderborner konnten endlich mal wieder gewinnen gegen Kreuter Fürth. Wurde aber nochmal ein bisschen knapp am Ende. Und die Darmstädter setzen sich immer wieder durch. Und das macht einen Aufsteiger aus. Auch wenn du vielleicht mal nicht komplett überlegen bist, in dem Spiel die Dinger trotzdem zu ziehen. Und das haben sie in Nürnberg gut gemacht. Und dementsprechend glaube ich, weil Paderborn ein bisschen auswärts schwächelt, dass das Ding hier wieder an die Darmstädter geht. 2 zu 1. Heimsieg für Darmstadt 98. Angekommen im Tabellenkeller beim SV Sandhausen. Die müssen ran gegen die Fürther, die für mich in dieser Saison, ich sag's immer wieder, ja eine absolute Überraschungsmannschaft sind. Denn in manchen Spielen sind sie wirklich extrem stark und wirklich unbesiegbar. Und dann kann gefühlt auch ein SV Sandhausen gewinnen. Und ich glaube tatsächlich, dass es ja auch irgendwann mal so weit sein müsste, dass Sandhausen mal wieder punktet. Und Kreuter Fürth wäre so ein Gegner, wo sie tatsächlich mal einen Heimsieg einfahren könnten. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Sandhausen gewinnt. Aber irgendwie hat Fürth doch nochmal die spielerische Qualität und den doch nochmal deutlich besseren Kader, dass das Ganze 0 zu 2 wird. 0 zu 2 für Kreuter Fürth. Kommen wir zum vorletzten Spiel für heute. Und es ist ein sehr, sehr spannendes im Kampf um den Klassenhalt. Regensburg muss ran gegen den 1. FC Magdeburg. Die Regensburger wissen selbst nicht so wirklich, in welche Richtung es geht. Sie halten aber an ihrem Trainer fest, dass, oder da kann man schon mal sagen, Hut ab in so einer aktuell schwierigen Phase. Auch gegen Pauli hat man schon ein bisschen Land gesehen, aber dann natürlich trotzdem nichts Zählbares mit nach Hause nehmen können. Ist die Chance jetzt da im eigenen Stadion vielleicht den Magdeburgern die Suppe zu versalzen. Ich lege mich aber fest, wenn Magdeburg hier den Dreier holt an diesem Spieltag gegen Regensburg, dann sind sie gefühlt schon sicher in der nächsten Saison weiterhin zweitklassig, sage ich mal. Sie sind dann weiterhin zweitklassig. Das, was sie letzte Woche gegen uns gezeigt haben, war schon phänomenal. Absolut starkes Spiel gemacht. Die Kontrolle von Minute 1 an. Wir eigentlich nur am Hinterherlaufen. Wenn sie das genauso beibehalten gegen Regensburg, dann würde ich sagen, sind die drei Punkte in trockenen Tüchern. Und mein Tipp lautet hier 2 zu 1 für den 1. FC Magdeburg. Angekommen bei unserem FC Hansa, Krisenduell, Ostseeduell, alles-oder-nix-Duell. Was soll ich noch sagen? Ich finde nicht mehr viele Worte für die Leistung der letzten zwei Spieltage. 2 zu 5 gegen Düsseldorf auf den Sack bekommen. 3 zu 0 in Magdeburg auf den Sack bekommen. Von Minute 1, habe ich eben gerade gesagt, schon komplett unterlegen gewesen. Nur am Hinterherlaufen, lange Bälle, nicht ein Pass gefühlt an den Mann gebracht. Und offensiv ging da wirklich gar nichts. Und wenn es mal gefährlich wurde, dann ist der Pfosten zur Stelle. Gegen Holstein Kiel wird es jetzt ein kleines Krisenduell geben. Ich habe es schon angesprochen. Die Kieler seit 5 Spielen ohne Sieg. Wir, glaube ich, seit 8 Spielen das schlechteste Heimteam der Liga und das schlechteste Team der Rückrunde. Es spricht nicht vieles für uns, außer, das muss man hoch anrechnen, unsere Fans. Wieder über 23.000 Leute im Stadion. Ich denke, das könnte sogar auch noch ausverkauft sein. Also an den Fans liegt es absolut nicht. Wenn sich die Spieler einfach mal ein bisschen reinhängen würden und uns Zuschauern ein klein wenig Kampf zurückgeben, dann sind wir doch auch alle nicht sauer. 5 Konzert hier, 5 Konzert da. Das ging auch vollkommen in Ordnung nach diesen wirklich schlechten Leistungen. Das muss man einfach nochmal so sagen. Und ich hoffe einfach, mir ist es wirklich scheißegal, wer da am Wochenende auf dem Platz steht. Es sollen 11 Spieler sein, die wissen, dass sie Hansa auf der Brust haben. Die laufen bis zum Gehtnichtmehr und wenn es am Ende nicht reicht, man trotzdem gesehen hat, dass sie es wollten. Und nicht direkt nach einem Rückstand, oh mein Kopf, ich habe keine Lust mehr. Und dann noch sich das zweite reinknallen lassen, das dritte reinknallen lassen. Wirklich, wenn wir das wieder im Ostseestadion sehen, dann habe ich keine Hoffnung mehr. Aber ich muss wirklich sagen, es ist noch nicht alle Tage Abend. 8 Spiele haben wir noch gegen komplett. Alle Teams, die da unten drin stehen, ich wiederhole mich jedes Mal wieder. Aber so langsam reicht es auch, wenn wir wieder so eine blutleere Vorstellung am Wochenende sehen. Dann ist bei mir auch der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, dritte Liga, wir kommen. Aber noch will ich das nicht wahrhaben und in meinem Kopf mir irgendwie vorstellen, dass wir da unten bzw. dann wieder drittklassig sind. Und wie lange es dann dauert, wieder hochzukommen. Wir haben uns so viel erarbeitet. Das kann man doch jetzt nicht, das können die doch jetzt nicht ernst meinen und einfach so wegschmeißen. Und viele Spieler gedanklich vielleicht schon bei anderen Vereinen. Wir haben sehr, sehr viele Laien, die wahrscheinlich auch es nicht so interessiert, ob Hansa jetzt absteigt oder nicht. Ich will da niemandem was unterstellen, aber es tut schon ein bisschen weh. Ein wenig Kampfleidenschaft, Einsatz wäre einfach mal angebracht. Dadurch, dass auch bei so vielen Spielern eine ungewisse Zukunft herrscht, kann man doch eigentlich erwarten, dass sie sich jetzt nochmal komplett reinhauen. Und wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, mir ist egal, wer da am Ende in der Startelf steht. Verhook fällt aus, Ananu fällt aus, Ingeson höchstwahrscheinlich auch ein sehr, sehr schmerzvoller, sage ich mal, wenn der wirklich nicht dabei wäre, weil das so ein Spieler ist, der auf jeden Fall nochmal den Unterschied machen kann. Wie seht ihr das Ganze? Eure potenzielle Ausstellung? Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt am Ende spielen soll. Es sollen einfach elf sein, die wissen, was sie an dem Verein haben, die alles reinhauen und sich den Arsch aufreißen. Arsch aufreißen, Arsch aufreißen. So langsam werde ich sauer, ihr merkt es. Aber das kann man einem nicht mehr verübeln. Und ich kann jeden verstehen, der die Nase voll hat. Aber wir dürfen die Jungs noch nicht verteufeln. Man sieht, sie sind komplett verunsichert im Stadion. Einfach nochmal 90 Minuten komplett anfeuern. Wir Fans, alle zusammen, Arluis Schwarz natürlich auch mit ins Boot holen. Der kann da überhaupt nichts für. Man sieht, es liegt an der Mannschaft aktuell. Egal ob Glöckner, ob Arluis Schwarz. Mir tun die Trainer gefühlt auch schon leid. Es macht halt den Eindruck, dass da das Teamgefüge nicht so wirklich, ja, das Teamgefüge einfach irgendwie ein bisschen zerrüttelt ist. Dass da irgendwas im Argen liegt. Aber was genau, das weiß ja kein Außenstehender. Das weiß ich nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr seid im Verein tätig. Und seht da mehr als wir, sage ich einfach mal. Um jetzt aber auch noch was Positives zu sagen. Die Mannschaft hat das Potenzial, wenn sie denn wollen. Und gegen Holstein Kiel sahen wir auch zuletzt immer gut aus. Die letzten drei Spiele gegen Kiel nie verloren. Darunter zwei Siege und ein Unentschieden. Und weil es ja bei Kiel auch nicht läuft, könnte man meinen, dass jetzt der Bock umgestoßen wird. Der Bock muss umgestoßen werden. Ja, es ist vielleicht kein realistischer Tipp. Es ist der Tipp eines Fans. Deswegen lautet meine Prognose 2 zu 1 Heimsieg. Zwei Heimtore denkst du dir auch. Max, okay, ist das realistisch. Aber ja, wenn die Jungs wollen, wenn wir auf den Rängen die Jungs eher anfeuern als auspfeifen, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und die verunsicherten Kieler vielleicht schlagen, auch wenn wir noch verunsicherter eventuell wirken aktuell. Denn das, was wir zuletzt gesehen haben, war nicht gut. Da darf man auch nicht die rosa-rote Brille aufsetzen, weil vor allem die Woche drauf dann noch Paderborn folgt. Und da muss man dann realistisch bleiben, wird es viel, viel schwieriger, die drei Punkte zu holen. Dennoch sehe ich es auch als sehr realistisch an, dass wir die nächste Niederlage einstecken müssen. Man wird sehen, was da dann am Sonntag so fabriziert wird. Ihr könnt es schon an der Tabelle sehen, wie wichtig so ein Sieg für unseren FCH wäre. Denn, ja, wir würden einfach mal auf dem 15. Tabellenplatz springen mit 28 Punkten. Braunschweig mit 26 auf Platz 16. Regensburg auf 17 ebenfalls mit 26 Punkten. Auf Platz 1 haben wir Darmstadt, die schon fast durch sind. Der HSV auf 2, dicht gefolgt von Heidenheim. Die betteln sich da aktuell noch. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit schönem Hintergrund. Wünsche jedem Verein viel Erfolg am Osterwochenende. Euch natürlich auch schöne Feiertage. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Aber worüber ich mich noch mehr freuen würde, über einen Heimsieg unserer Kogge für unseren FC Hansa. Das wäre mein Wunsch. Am Sonntag sind wir schlauer. Und ich würde sagen, bleibt stabil. Macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.